Das von LiquiMoli speziell entwickelte Rückstellmusterset für Automatik-Getriebeölwechsel gibt Ihnen Sicherheit im Falle einer Reklamation und erspart Ihren Kunden unter Umständen teure Reparaturen durch Getriebeschaden. Das Set besteht aus zwei Fläschchen für die Alt- und Frischölproben, einem Schnelltest zur Prüfung des Automatik-Getriebeöls sowie zwei Etiketten für die Einlagerung des Rückstellmusters. Entnehmen Sie während des Automatik-Getriebeölwechsels zuerst eine Altölprobe. Geben Sie nun einen Tropfen der Probe auf das Testblatt um Verschmutzungsgrad sowie einen eventuell vorhandenen Wasser- und Glykolgehalt festzustellen. Bereits nach kurzer Zeit erkennen Sie, ob und wie stark das Automatik-Getriebeöl verschmutzt ist. Etwaige Auffälligkeiten können auf einen bereits bestehenden Getriebedefekt hinweisen. Darüber hinaus zeigt Ihnen der Test, ob sich Kühlmittel im Öl befindet. Entsprechende Werte deuten auf einen möglichen Schaden im Ölkühler hin. Bevor dieser nicht lokalisiert und behoben ist, wäre ein Wechsel des Getriebeöls unnütz. Um das Rückstellmuster zu kompletieren, füllen Sie in Flasche Nummer 2 eine Probe des beim Automatik-Getriebeölwechsel verwendeten Frischöls ab. Damit Sie im Falle eines späteren Getriebeschadens beziehungsweise einer Reklamation nicht in die Verantwortung gezogen werden können, empfehlen wir Ihnen das blaue Etikett für die Altölprobe vom Kunden unterschreiben zu lassen. Liquidmoli – für die technische und optische Herterhaltung Ihres Autos. Alles aus einer Hand.